Ist denn der Dominik schon da? Findet ihr die ja die nicht, oder? Ja, ja. Das ist ein Quatschkopf, ey. Okay, kacke, jetzt habe ich gerade einen Schraubenzieher abgebrochen. Ich bin so ein Gewaltsau. Gewalt? Das klingt nach einem Fall für die Polizei. Für 1-1-0. So wie hier Folge von A-1-1-0. Aber hier wird nicht gemordet, sondern hier geht es um eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und 10 Hinweise auf eine Person. Und die soll auch interessant sein. Und auch die Hinweise sollen interessant sein. Und ob das wirklich so ist, erfahren wir von Jürgen. Nee, das erfahren wir von Andi. Andi von at42fragen auf Twitter war so freundlich, uns dieses Mal die Hinweise zu sponsern. Dankeschön, Andi. Und dann geht das los, ne? Erstens, geboren am 15. Februar 1564. 1564? Der ist schon lang tot. Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Nee, klappt. Zweitens, stammte er aus einer verarmten Florentiner-Patrizia-Familie. Also den Anfang der Sätze müsst ihr euch da ab und zu mal dazu denken, ne? Wir müssen hier ein bisschen, ich glaube, er hat es eher so Twitter-kompatibel formatiert. Das ist aber gar keine doofe Idee, sozusagen, dass jeder Hinweis in einen Tweet passen muss von der Länge her. Das ist eine gute Vorgabe. Da halten wir uns nie dran. Nee, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Aber eigentlich würde ich euch nur ablenken. Von drittens. Ein zeitlebens tiefgläubiges Mitglied der Kirche. Hm. Also in dem Jahrhundert ist das jetzt nicht so unglaublich unwahrscheinlich. Der Luther war auch nett. Ja, aber wenn man das so betont, dann kann es eigentlich nur auf entweder den Papst oder irgendeinen Massenmörder rauslaufen, oder? Ja, oder jemand, der ein bisschen wild... Er wegen wild getrieben hat. Der es wild getrieben hat? Der passt in die Zeit. Shakespeare würde in die Zeit passen. Ja, da gab es noch nicht so viel Rock'n'Roll in der Zeit. Naja. Ich überlege gerade, ob ich euch Hinweis Nummer 4 jetzt schon vorlesen soll. Ich mache mal Hinweis Nummer 5. Im Jahr 1589 erhielt ich für drei Jahre eine Stelle als Hochschullehrer an der Universität Pisa. Galilei? Ja, dann hätte ich euch auch Hinweis 4 vorlesen können. Die astronomischen Angaben in der Bibel sollte man nicht zu wörtlich nehmen. Magnifico! Ja, es ist Galileo Galilei. Kann ich mal ein bisschen Applaus hören oder irgendwas? Hm-mm. Philipp, wenigstens du dir selber. Das kann man nur mit Schweigen beantworten. Sechstens. Ich unterrichtete in Euklidselemente und elementare Astronomie sowie Astrologie. Sechneiligen da. Ja, ja. Hallo? Ach so. Du triumphierst im Stillen. Er ruht sich auf seinen Lobherrn aus. Als einer der ersten Menschen nutzte ich ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Was haben denn die Menschen vorher benutzt? Nein, die haben auch Fernrohrer benutzt, aber nur die Nachbarn an geschaut. Ja, aber... Nur so auf den Boden gerichtet. Oh, diese Ameisen. Die sind aber groß. Und ich muss mich gar nicht bücken. Der Käse. Sehr voll geil, wenn das wirklich einfach ein Gerät für Ameisen beobachten würde. Irgendeiner hat es auch so gesehen, mal einen Horizont gehalten. Ihr müsst euch jetzt ganz arg konzentrieren, denn Hinweis 8 schließt quasi direkt an den Hinweis 7 an. So rein satzbautechnisch. Ameisenforschung? Nee, satzbautechnisch. Dabei stelle ich unter anderem fest, dass die Venus Phasen hat. Also als einer der ersten Menschen nutzte ich ein Fernrohr zur Himmelsbeobachtung. Dabei stelle ich unter anderem fest, dass die Venus Phasen hat. Das ist nur so eine Phase. Das ist nur so eine Phase, das geht vorbei. Neuntens. Nach mir wurden vier... Schlümpel benannt. Ihr hättet jetzt Asteroiden sagen müssen. Und dann hätte ich gesagt, nein, es sind Jupitermonde. Ah. Da wurden vier Jupitermonde benannt. Also Jupitermonde hat man tatsächlich noch nicht. Nee. Und vor allem, wie benennt man nach einer Person vier Jupitermonde? Durchnummerieren. Ja, aber das doppelt sich ja dann. Wenn der eine Galileo heißt und der andere Galilei... Eine Silbe Galileo. Galileo. Das wäre voll geil, wenn es so wäre. Dann heißt ein Jupitermond wieder ein Papa. Das ist ja ein fantastischer Zufall. Ich weiß nur, das ist ein... Ich glaube, es gibt Europa und Ganymede. Die weiß ich noch. Weil die in so einem Ding drin waren. In so einem... Ganymede. In so einem Quartett. Sollte jemand zu Hause so ein Quartett wie so ein Supertrumpfding kennen, was Himmelskörper kombiniert hat mit so würden Aliens, die dazu gezeichnet worden sind. Also das war immer ein Planet und so ein Alien, der da drauf wohnen könnte. Also in diesem Fantasy-Setting. Aber die Fakten waren alle echt sozusagen so ein... Wie lang ist das Jahr auf dem Planeten? Wie weit ist es von der Erde entfernt? Und so weiter. Wenn jemand weiß, wie dieses Quartett heißt oder wo man das herbekommt, schreibt mir bitte. Hast du schon mal gegoogelt nach Planeten und Quartett? Nur für eine Idee? Ja, da gibt es halt leider viel zu viele. Mit so Aliens drauf. Zehntens. Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will. Und ich habe jetzt gerade, das konntet ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe dazu Anführungszeichen gemacht. Das war nämlich ein Zitat. Ah. Hat er das selber gesagt? Es steht nicht da. Das hat einfach irgendwer gesagt. Ich bin da echt immer ein bisschen skeptisch. Vor allem, wo wir jetzt so... Wie viele Sprüche auf Albert Einstein immer gemünzt werden? Ja, ja. Die er niemals gesagt hat. Oder auch dieses berühmte, sollen sie doch Kuchen essen? War ja ein Theaterstück über die Person. Das hat er ja nie selber gesagt. Ja. Wir haben es in der Acht-Folge über Homöopathie. Hatten wir ja auch, wie schwer das ist, wirklich nachzuvollziehen, was die Wahrheit ist und was nicht. Und ich glaube, dass das ganz oft der Fall ist, auch bei so Zitaten. Gewagte Theorie, ich weiß. Die Wahrheit ist, dass hier noch ein Hinweis Nummer 11 steht. Sie können mich zitieren. Der da lautet, gestorben am 8. Januar 1642. Ja, und dann steht da noch, ich bin's. Galileo Galilei. Ich bin's, ein Galileo. Daran musste ich auch denken. So kaputt ist mein Gehirn schon. Oh Gott. Schade, schade, aber cool. Schade, aber cool. Schade, aber cool. Das ist mal mein Motto für den Rest des Tages. Stimmt, das könnte man cool. Was mein Motto für den Rest des Tages ist? Alle sollen zur Hölle fahren? Nein. Schlafen. Holy shit, ich hab's gefunden. Nein. Was, mein Schlaf? Nein, das Quartett Kartenspiel. Das heißt Planeten und Monster. Hast du Planeten? Hast du wirklich einfach nur das gesucht, was Jürgen gesagt hat? Planeten und Quartett ausgeben? Ich hab irgendwie lauter wirre Suchbegriffe gesucht. Das heißt Planeten und Monster mit einem Unterzwischen. Fantastisch. Ich geh kaputt. Also dann musst du jetzt aber auch die Leute von ihrer Aufgabe entbinden, für dich nach diesem Ding zu tun. Hört jetzt aufzusuchen. Schluss jetzt. Danke. Nein. Ich hab euch alle lieb. Ja. Was für ein schönes Schlusswort. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Schlaf weiter. Oh Gott. Ah.